An Mamas Hand zum Fußballspielen eigentlich uncool. In Illerkirchberg Kult. Bei Mama Kinder Kick können die Mamas zwar lauter brüllen, auf dem Platz laufen sie ihren Kids aber meistens hinterher. Wie im echten Leben. Das Spiel ist rassig, es geht hin und her. Die Mamas treffen sogar auch mal das Tor. Die Zuschauer sind begeistert. Fast alle. In der zweiten Halbzeit haben die Kleinen die bessere Puste, gewinnen am Ende mit 3 zu 2. Die Kids waren einfach super, wie kleine Würmchen einmal durch. Die hatten nicht genug Ballbesitz. Die trainieren nicht so oft. Wenn sie einen Ausgleich geschossen haben, sind wir dann nochmal nach vorne, haben nicht aufgegeben, haben noch ein Tor geschossen. Seit 1992 haben die Mamas erst einmal das Spiel gegen die eigenen Kids gewonnen. Folge richtig hieß der Sieger dieses Jahr wieder. FDI!